hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanlöse für den freitag den 9.9 2022 und unser mietgekätzchen hat sich am donnerstag ein bisschen verkleckt ist sie auf die falsche taste gekommen beziehungsweise hat sie einfach sein weißt du nicht getroffen wir hatten gesagt 1350 halt im tag schaut euch ein bisschen blöd zu sehen haben gesagt die 1350 die wir hier mal noch jetzt wichtiger anlaufpunkt ist das gäbe zu klosen einfach vom vom freitag das hat er nicht geschafft also das xietra gab es ein paar punkte vorher gedreht war relativ früh schon hoch gewesen hat aber nicht geschafft und da hat man gesagt wenn das drüber schafft dann kann er auch die w formation ja ausspielen ran an die 13 130 ran an die 13 190 wenn er das aber nicht schafft und die 1350 nicht gestimmt kriegt dass er sich dann auch wieder bis 13 700 und tiefer zurückwühlen kann die 13 700 ist es dann geworden tiefer nicht und ich finde der hat sich auch eigentlich ganz gut stabilisiert aber er hat halt jetzt das problem dass er halt kein höheres hoch geschafft hat und damit lässt dass ich natürlich jetzt eine offene flanke auf der unterseite also wenn der uns am freitag jetzt wieder ab braucht und auch unter 700 weg taucht ist das eigentlich schon verlorenes spielen und war das hier ein dreieck eine flacke oder was auch immer die dann nach unten auflöst und die nächste trend fortsetzung einleitet so an sich wäre der trend durchaus reif mal zu brechen und auch hier oben nachzugeben aber du musst das einfach machen und solange das nicht ist ist er noch im abwärtstrend und solange noch im abwärtstrend ist hat das sogar relativ leicht durch ich sag mal spontane aneinanderreihung von irgendwelche ich will nicht sagen zufälle aber irgendwelche news die da irgendwie gerade reinkommen sich dann einfach immer wieder nach unten durch zu schlawinern ja und deswegen unter 700 wäre ich einfach vorsichtig ja wenn er unter 700 ist kann der auch einfach bis 370 am stück durchziehen ja aus der situation auf jeden fall um da müssen stress rauszukriegen muss er einfach über die 13 50 gelingt ihm das dann kann der auch bis 300 erster schritt wäre dann erst 190 200 und dann 300 hier auch gleiten durch mal wieder anlaufen haben auch noch offene gaps dass er hat genug ziele dann muss ich bloß rauslösen anfangen höhere hochzustellen über eine 13 50 auch drüber gucken na ich denke mal wenn der freitag über den vormittag ruhig ist hat er durchaus das potenzial die 13 50 mal anzulaufen auch noch mal zu probieren und vielleicht sogar drüber zu drücken aber er muss über der 800 bleiben und die stehen wenn der uns da unten zu zu sehr rumdüßelt und unter die 700 fällt wird sich einfach risiko einplan ja dann könnte ich mir vorstellen dass wir 594 kriegen gerade auf dem freitag wir haben letzte woche erlebt wie auf dem freitag noch mal schnell eine grüne wochenkerze auf rot gedreht wurde würde ich würde unter 700 würde ich einfach aufpassen möchte ich keinen lang halten wenn er dann doch dort wegdreht und hart nach oben anzieht kann man ja vielleicht dann wieder reingehen oder sich da irgendwie was zurückkaufen was man sich schon vielleicht raus nimmt aber ich würde unter 700 eher zu einem short tendieren als zu einem lang tatsächlich weil ich denke dass das risiko einfach auf der unterseite dann höher ist also dass er mehr chance auf der unterseite der hand ja um oben raus zu kommen hat er jetzt keine schlechten chancen und auch ein bisschen hier schon angefangen muss die 1350 rausnehmen muss direkt auch eigentlich ziehen dass das sollte zum freitag jetzt dann schon auch bitte passieren na sonst ist es wirklich dann am ende ein dreieck oder sowas wenn er jetzt nicht nur verscharrt hier nehmen in der donnerstagsspanne einfach nur zur seite schiebt dann wird das eher ein dreieck und das ist wahrscheinlich dann auch wieder nach unten und von daher kurz schwung holen 800 oder sowas noch mal bestätigen von unten hoch 1289 und dann am abend über die 1350 drüber dass wir für den freitag ein gutes programm übliches programm um sich rauszudrücken man muss es auch bringen sollte nicht unter 700 um das 700 wäre ich vorsichtig einfach ja und von naja wer kann ich gar nicht mitgeben können wir uns dazu machen ja ein schönes schlusswort ich wünsche euch gutes gelegen viel erfolg und schönes wartet mal doch wochenende ja für die die uns nicht noch mal hören und dann sehen wir uns am sonntag wieder für die analyse zum montag bis dahin tschüss